Guten Abend. Wer jetzt sparen will, sollte die Vorteile des BFG Kapitalsparbuchs kennen. Es bietet Ihnen drei Jahre lang steigende Zinsen. Da kommt ganz schön was zusammen. Brauchen Sie Ihr Geld früher, können Sie es im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wieder abheben. Das BFG Kapitalsparbuch ist also eine interessante Geldanlage. Sprechen Sie mit der BFG. Guten Abend. Sprechen Sie mit der BFG Kapitalsparbuchs und Sprechen Sie mit der BFG Kapital. Sprechen Sie mit der BFG Kapital. Müssen wir durchgeben an Galaxis. Auf der Erde gibt es viel mehr Programme. Leben tatsächlich da oben hinter dem Mond. Logo, Logo! Kabelanschluss, mehr Programme, bestes Bild, bester Ton. Wir schließen uns auf, Anna. Dein Meisterstück. Hoffentlich sagen das die Prüfer morgen auch. Na klar. Auf deine Meisterprüfung. Oh nein, meine Prüfung. Das wird nie sauber. Das ist doch 40 Grad Stoff. Doch, mit Witt Express Plus. Normale Waschmittel lösen sich bis 40 Grad nicht völlig auf. Das neue Witt Express Plus vollständig. Die Kaltwaschkraft wäscht richtig sauber. Jetzt auch in der Waschmaschine. Sauber. Sauber. Witt Express Plus. Kaltwaschkraft, die sauber macht. Jetzt auch in der Waschmaschine. Hallo Herr Greiber. Hallo Herr Kaiser. Hallo. Hallo Herr Kaiser. Mit der Hamburg Mannheimer bin ich richtig gut versichert. Und richtig fit. Toll Ihre Tipps. Hallo Herr Kaiser. Hallo. Wir wollen ja auch, dass Sie mit Spaß gesund bleiben. Und mehr vom Leben haben. Hamburg Mannheimer. Mehr vom Leben. Hallo Herr Kaiser. Hier Nummer 5 ist etwas für die Flucht. Die 5 Minuten Terrene. Nudeltopf mit Koulasch. Genau Ihr Geschmack. Genau Ihr Geschmack. Wo ist die Serviette? Die 5 Minuten Terrene. Von Magie in der Tonne. Wenn der Untergrund Kraft verliert, verliert der Baum den Halt. Ihren Zähnen geht's nicht anders. Es sei denn, Sie stärken Ihr Zahnfleisch mit Dentagard. Darin sind Kamille, Mürre, Minze und Salbei. Als Extrakt in den grünen Kräuterstreifen. Fleißiges Bürsten mit Dentagard erneuert die Kraft Ihres Zahnfleisches. Damit es die Zähne festhalten kann, wie gesunder Grund diesen Bauch. Mit 4 Kräutern. Dentagard gestärktes Zahnfleisch hält fest verwurzelt. Miraculie. Das Original. Mit der aromatischen Soße aus fruchtigen Tomaten und geheimnisvollen Gewürzen und Kräutern. Dazu feinwürzigen Parmisello-Käse. Miraculie. Das Original. Mit dem unnachahmlichen Geschmack. Miraculie. Denn heute ist Miraculietag. Schönes Haar ist dir gegeben. Erliegen Sie die pfliegenden Gart-Shampoos. Ihre milde Pflege fängt beim haarneutralen pH-Wert an. Das ist Pflege vom Ansatz bis in die Spitzen. Und du fühlst dich gut mit Gart. Gart-Shampoos mit dem haarneutralen pH-Wert pflegen Ihr Haar vom Ansatz bis zur Spitze. Gart gibt Ihnen das gute Gefühl. Papi, Papi, darf mir was naschen? Bitte was naschen. Na gut, hier, kauft euch was. Aber Heinz, für Kinder gibt's doch Kinderschokolade mit extra viel Milch. Jede Tafel Kinderschokolade enthält die wichtigsten Bestandteile von rund einem Drittel Liter Milch. Na, seid ihr auch für Kinderschokolade? Oh ja! Hey, Ma, Kinderschokolade! Danke. Ja, so bekommen Kinder immer noch eine extra Portion Milch. Kinderschokolade. Die Schokolade für die extra Portion Milch. Dieses Fenster wurde mit Haushaltsreiniger geputzt. Es sieht sauber aus. Aber lassen wir doch mal die Sonne rein. Oh je, lauter Streifen. Tja, Fenster brauchen was Spezielles. Tipptopp. Mit Tipptopp werden Fenster streifenfrei sauber und sonnenklar. Auf Anhieb. Tipptopp. Der Fensterspezialist. Von der Sonne getestet. Das sind die tollen Smacks. Die sind super Smacks. Komm, hör den Weizenknuspen. Schmeckt den Honig, Smacks. Ihr werdet Smacksen lieben. Viel Spaß. Smacks! Die Karoff Smacks mit Milch, die geht euch rum. Oh yeah! Olympics Sp對不對. So mit Ausender, Be Obrig. Untertitelung von Boements .. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020